Abend, der Rettungsdienst. Was können wir für Sie tun? Hallo Jungs, es tut mir echt leid. Ich bin so dumm gewesen. Ich habe mir einen Fettbeiner aus den USA bestellt. Mich springt jetzt das Herz aus der Brust. Okay, war das eventuell zu viel Koffein für Sie? Eigentlich nicht. Das sind nur 200 Milligramm in einer Tagesdosis. Und ich habe sonst kein Koffein zu mir genommen. Okay, alles klar. Kann ich dieses Fettbeiner mal sehen? Ja klar, die liegen auf dem Tisch. Okay, Jürgen, mach mir schon mal ein vollständiges Monitoring. Unterwegs. Tatsächlich hat das nicht wirklich viel Koffein, aber dafür jede Menge Jod. Ja genau, damit wollte ich meinen Stoffwechsel ankurbeln. Robert, die Frequenz ist bei 160 und der Blutdruck ist bei 90 zu 40. Leiden Sie in der Schlittdrüsenüberfunktion? Ich weiß es nicht. Das wurde noch nie untersucht, aber beide meine Eltern haben das. Jürgen, ich besorge uns mal schnell eine Abhebergenehmigung. Wofür das? War von wegen ins Krankenhaus, wenn wir mehr Luft als Bodenkontakt haben.